ja nur zurück zu er ist online weiter geht's jetzt hier beim weg schreien wir machen das ich habe ich noch nie gemacht wie sieht es aus mal den sternbilder ist auch immer noch was ist da ist noch mal spaß aber hier ist ja nichts weiter im moment weil selbst später wahrscheinlich später noch irgendwas hier noch irgendwo außerhalb der quest bekommt oder so werden wir schon sehen kann man auch machen komischer wo ich den blauen aber besser sie ist komisch aus gesund diese salamander war wir ja jungs nicht seien besten wissen so haben wir an kalt läuft sogar so so ich bin zu Ende, ne? ach doch nicht, also der Ende ist ein Boss und wir haben sich drauf machen schaden du liegest er macht dann geschluss das war schon sehr schön wieder ein anker fertig ist hat zwar nicht viel gemacht aber mein gott wurde mich gerne mit uns level up champion punkte nicht kann man machen es immer mal hier lang kochen was kommst ihr links zack es sind aber zu schnack bis ab wapin ogen was es amm ots da ist wieder ein verlies hier ist gar nichts anderes hier ist eine hütte aber ich werde klein ja ich habe mich schon immer gesucht aus versuchte weiße vogel ah gott das ist gut gold das könnte walten und jetzt ja und eine fetzigkeit müssen wir das clown tschüss himmelsscherbe guck eine an da steppt man ganz gemütlich süßes gemüse was findet man eine himmelsscherbe ist ein traum ich sehe im moment nix komisch ist ja nix nur mal da zum verlies höhle des alten sorgs du bist nur was klauen so wie du mit deinen fingern fuchtelste ja ja sicher keine künz ist gar nix komisch sind wohl ein bisschen weniger quesst als sonst höhle des alten sorgs da gehen wir schon mal rein wo sie ist ja auch bitte noch wegen einer normale hülle sein Irgendwie ist Geschichte Ich wüsste was Mein Gott Ist ja nix ne Was sind wir da? Begräbnisurne Äh Aqua zurück Da haben wir schon eine Quest Stohlene Urne hat sich schon gelohnt Ja nochmal später Lass mal die Höhle umzusuchen Äh So werde ich immer rechts lang Mal rechts Mal rechts Mal rechts lang Hä Hä Ganz ruhig Ganz ruhig bleibt Die Mascherbe ist einer Beispiele Bewege Ja bewegt sich doch Nein brauchst du nicht Gebe mir sie heiler Weg machen Sonst bekämpft man sich ein heißen Ich weiß nicht ob die unendlich meine haben Wachs Wachs So Was haben wir hier noch? Ich weiß natürlich nicht ob der Boss hier irgendwo ist Was ich nicht glaube aber könnte ja sein Hey du Heiler Ja Heiler ist vielleicht down Oh kann ich mal heilen Oh abwechslung abwechslung oder ich habe den heilern auch selten zieht man auch nicht recht oft in den b-unfall hingelegt nee 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 heilerschen weg eine große höhle großer raum ich bin aber es genau es bin aber es so ja schamant können auch nerven aber ist nicht so schlimm mein trip macht immer jetzt die heiler Was ist hier mit sein Kutz? Hier ist wieder einer. Das Gutz kommt von oben. So, sehen wir gleich im kleinen Ort. Ja genau. Ach ja, Schamann mal. Ah, hofft sich endlich. Grün und Gleichgewicht 40. Du bleibst stehen. Du wirst nicht weg. Die Fliegerin, besser gesagt. Auch kein Boss. Ist hier oben, ne? Ja, drei sogar diesmal, ne? Kriegen wir ihn wirklich nicht. Da ist drei Bosse auf einmal. Das ist schon da. Das ist ein Sturm. Das ist ein Sturm. Ja, geht doch. Ja, darf. Ich gehe nach Güldorf. Ob Güldorf. Abgeschlossen, die wir sollten. Ja. Rucksack. Obwohl. Bin schon da voll. Bin schon da voll. Bin schon da voll. Bin ich drauf geachtet. ist Ist tot, was we do Was raus schmeißen und jetzt bereich wenn ich alles rausschmeißen so ist immer eine große wühle wasser haben wir ja schön übrigens es sollte jetzt mit richtigen sinne acht millionen spieler sein keine ahnung weiß ich nicht immer so zahlen die man teilweise wird auch sagen wird von 14 millionen wies an augen die zahlen stark gestiegen sein aber ist meine sache wahrscheinlich aber auch ein bisschen bedingt wegen corona natürlich sein ich muss sagen bei bb shadowlands ist eigentlich besitzt ich habe aber nicht in schildern aber was sie gemacht haben war nicht schlecht war nicht verkehrt ich habe ja wieder ein richtig gutes update sein dann bekamen wir einige änderungen hinzu wie level grenze unter gesetzten sowas aber kann mal scheinbar gut bei den spielern ja große änderungen gibt es in diesem jahr hier auch bei esu wie zum beispiel das champion system jetzt überarbeitet wenn es genau kommt weiß ich gar nicht der neuen abweiterung zusammen ich glaube nicht ach keine ahnung wir sind ein bisschen lang dass hier abhängt erstmal mal sei mal februar anfang februar mal sehen ja wir machen natürlich genau hier raus und das wasser ist klar ist nicht ja auch wenn der packt ein bisschen länger wird egal ist ja nicht immer also viele geh ich schnell in der höhle hier sehr viele geh ich schnell mal aber ist genau es ist ein bisschen immer einfach hier ich habe ich habe ja der eine ist aber noch mal was los bärchen ist wieder ein blubber wochen oder was jetzt stimme ich auch nicht mehr was man muss schon sagen was die tür auf ich habe jetzt auch als schluss heute war das lange genug geworden sie haben uns in nächsten folge von iso ist ein schönes